Der Wagen hat perfekte Proportionen. Ich liebe das LED-Band mit den vertikalen Elementen. Ich bin wirklich verliebt in die tiefe Schulterlinie mit diesen schönen, extrem sexy gestalteten Muskeln auf allen vier Rädern. Das Gesicht, das das erste Mal extrem tief und breit ist. Und alles zusammen finde ich, das Ergebnis ist ein großartiges Auto. Wir haben so viele Dinge speziell darüber, aber erst einmal zeigt es, dass wir in Zukunft viel differenzieren. A8 ist ein anderes Auto als die A7. Es ist speziell daran, dass die LED-Band, die Light-Grafik, die Low-Schola-Line, die Muskeln, die Horizontal-Singer-Frame. Es gibt so viele Details, die ich überrascht.